Hi, ich bin Christine vom Traumdommel C. Usedom in Bansin. Ich nehme euch heute mit zu meinem Wirkungsplatz, zum Mömmelkensee. Aufgrund der aktuellen Situation könnt ihr ja leider zur Zeit nicht nach Usedom kommen. Deswegen fragen wir euch, wo ist euer Lieblingsplatz? Hinterlasst einfach einen Kommentar unter dem Video oder in der Story. Wir bringen euch hin und Usedom zu euch nach Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017